Ah, gute Nachricht. Frauen in Saudi-Arabien dürfen jetzt doch Auto fahren, wenn das Auto entsprechend prepariert ist. Viele von Ihnen wissen nicht, dass wir auch bei uns unsere eigene Automobilindustrie haben. Wir haben also die ostfriesischen Motorenwerke, das sind die OMW. Und rechtzeitig zum neuen Jahr haben die ostfriesischen Motorenwerke ihren seit 20 Jahren angedrohten Dreisitzer auf den Markt gebracht. Und unser Testfahrer Harry Hurtig hatte Gelegenheit, ihn auf Herz und Nieren zu prüfen. Und hier ist sein Bericht. Der OMW 2000, ein Huhn, das goldene Eier legt, so meinen seine Hersteller. Ein Wagen mit dem gewissen Etwas, das meinen wir. Und das ist auch mein erster Eindruck. Er rührt von dem Nebelhorn her, das dem Wagen sein charakteristisches Profil verleiht. Chefingenieur Wilfried Zech kann auch hier nicht ganz seine Herkunft vom Dampferbau verleuchten. Der zweite große Eindruck, hier wurde Sicherheit endlich einmal großgeschrieben. Vier Räder. An jeder Ecke eins. Und so angebracht, dass sie bis zur Erde reichen. Das bedeutet Straßenlage und Griffigkeit. Auch an Fahrkomfort wurde gedacht. Die vollhydraulischen Scheibenwischer. Zwiefach genobbt. Und innen befestigt. Denn die Ostfriesen fahren ja immer... Ein Blick unter die Motorhaube zeigt uns deutlich 12 PS. Übersichtlich angeordnet. Und jedes einzelne austauschbar. Das erspart Ärger bei Reparaturen. Die Probefahrt über den Werkshof bestätigt den ersten positiven Eindruck. Fahrer und Wagen überstanden den gut 30 Meter langen mörderischen Parcours. Ohne größeren Schaden. Außer einigen Schaltschwierigkeiten. Man hätte vielleicht doch nicht auf die Kupplung verzichten sollen. Das ist kein gelungenes Beispiel für ein gutes Westauto. Die gab es auch für den Osten.